Ja, Raphael, jetzt kommst du wirklich hier mit Radio 4 rein. Ich kann dich wirklich sehr gut hören. Ist wirklich unglaublich. Ja, ich höre dich gut. Ich höre dich Q5, Alexa. Ich höre dich Q5. 340 Kilometer, 340 Kilometer, Q5. Ja, wunderbar. Du hast die Antenne richtig ausgerichtet. Herrlich. Du kommst wirklich auch jetzt hier mit Q5 rein. Einfach phänomenal. Ja, ich habe jetzt hier noch ein anderer Relais, Alexander. Das ist Münster und Rumi Hotel und das Relais darum in Dänemark. Ich habe jetzt drei Relais auf der gleichen Frequenz, die ich jetzt alle höre. Aber schön, dass es kurz geklappt hat. Schön, dass es kurz geklappt hat. Hat mich sehr gefreut. Ich filme das hier auch gerade. Das war eine Entfernung von 340 Kilometer. Hat mich sehr gefreut. DL1, ASN, DJ7kw. Vielen Dank für den Versuch. Ja, ich habe zu danken, Raphael. Ich habe unser QSO jetzt auch gerade mitgefilmt. Ich schicke es dir dann sofort rüber. Dann würde ich sagen, hier 73 aus Schaßhagen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Mach's gut, Raphael. Alles klar. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Mach's gut, Raphael. Kam alles durch. Alexander, das ist ja ein Ding. Das ist ja wunderbar. 73, hat mich sehr gefreut. 73 hier aus. Brillon, 73. 73 aus Schaßhagen von Delta Lima 1, Alpha Sierra November. Bis dann. Ciao, ciao.